Hallo und Willkommen zu einem weiteren Elden Ring Video. Ich habe wieder mal eine Ruine gefunden, die erkunden wir jetzt zusammen. Ich hoffe auf eine Gnade, weil langsam... Ich habe wieder zu viel dabei. Zu viel Runen. Die sehen nicht so gut aus. Da ist noch einer. Zweite Kirche von Marika. Ach, das ist die zweite. Oh, ich dachte, der ist tot. Ich glaube, der sieht nicht mehr so gut aus. Eine heilige Träne. Das mache ich in einem separaten Video. Mit dem Hut Mann. Was steht denn hier? Ja. Dann war das eben ein heiligen Tränen Video. Und der gute Herr... Ach, hier liegt noch etwas. Menschenknochensplitter. Sechs Stück. Die habe ich gesucht. Natürlich nicht. Da war der Quatsch. Das war es aber schon für dieses Video. Der Typ davon ist ein anderes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das geholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.